Was ist denn da drin? die kompass habe ich ja die pinks war hier ja ich habe einen satchel ich versuche mal links zu flanken gehen wir rüber oh one shot hinterm baum kappen nochmal loadie holen anders team aber und einer von den boys ist noch auf dem hang links ok nice da noch einer danke hinter einer hier hinter mir ja ja habe ich jetzt die pbsh ich habe die jetzt nochmal umgebaut als hipfire ding das hat sich jetzt gerade hier ist was hier ist was der andere ist oben mit dem anderen teil die ground loot pbsh finde ich schon geil das ist total super die 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 Was nicht ganz oben wie es aussieht Ja, ist unten Ey, unter uns, na eben Ah, das haben wir gerade wieder Aber noch einer Noch einer, hier bei uns, bei mir Shit, ich bin leer Könnte man sich auch ghosten, aber die wären dort zu schön Die sind aber unten Ist einer? Ja Er hat mich Ich self mich Wo ist es dann wieder hingefallen? Und wo ist es dann wieder hingefallen? Ich bin da wieder startklar Ab hin, der andere hat mich Rechts von dir ist noch einer Ja, der ist raus gehübt Okay, dann komm ich erstmal wieder Der ist, der ist nicht ganz oben, der ist in dem anderen Also über uns Ich hab'n Bogen Ich hab'n Dort ist was Oh, scheiße Dahin, hinter das Haus gerannt Hier ist noch was Ja, links Hier ist noch was Ja, dort Ender 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 Tod Der andere war Armorbroke Eigentlich würde ich die gerne pushen, aber es ist nicht Die sind die Richtung Nova, ne? Die hängen jetzt dort in dem Haus rum Guck, dass sie jetzt von Nova dich kennen und sehen kann, ne? Ich hoffe nicht, ne? Ich warte bis jetzt rauskomm, ja Ich kann ja bis vorne in der Ecke stehen, aha Gucken schon raus Ehen getroffen Aber nicht richtig Ich geh mal vorsichtig Gucken Ich hab'ne Gasmaske, ich könnte eigentlich mal lustig hinten rum Oh, hier ist einer Danke Guck'n Hat was gelandet, ja Was blöd Was blöd Habe, einen da an Blöd Wiener ist genau über mir Was, zwei, oder? Letztes Team End-Dreier-Team noch Wies wo die rumhängen ist ja nur noch prison hier ist was jetzt sind sie hier dort in die richtung bis jetzt kostet eigentlich sagen die sind jetzt kommen hier drei mann unten oder so eigentlich fast für ihn nach control segeln ich probiere mal mein glück hallo es kommt herr du sorgel ich pläde kurz die klastern komm jetzt Oben hinter der Halbmauer Zweimann Oh ne, scheiße Hier, siehren, hinter dir, hinter dir Rechts, nach rechts geloben? Ach shit, mein Brezi Den hab ich Ach shit, hier oben am Nein, dort nicht, oben auf der Plattform Boah, ich bin lieber raus, ey Ich bin quasi bis an zu schützen